Hallo und Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von WWE 2K16 in meinem WWE Universum. War is hinter uns, wir gehen gleich zu NXT. Ah, und da ist jetzt, ah, alles klar, da sind jetzt hier die Rivalitäten zu Ende. Und ich würde sagen, wir spielen das NXT Championship Match. Und genau, das simulieren wir. Ellen English und Simon Gottsch haben die NXT Championship erfolgreich verteidigt. Okay, also die Rivalität geht weiter, fünf Wochen. So, Rivalitätsmatch, Kalisto gegen Alan Rose. Kalisto gewinnt, okay. Match 3 bei Ron Cobin gegen Hideo Itami. Hideo Itami gewinnt. Und das NXT Championship Match, das spielen wir hier. Mal schauen. Ob das wieder so ein klasse Match wird, wie in den paar Wochen zuvor oder letzte Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr. Da hat man so gehabt. So, jetzt haben wir mal an Lea Garcia reden lassen. Auch richtig geile Mucke von Sami Zayn. Also, die haben da echt immer coole Entrances Musik. Richtig geil. Die, 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 die. So, dann warten wir auf den Champion Finn Balor, es wird schon dunkel. Und da ist er. 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 Und er. Und da ist 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 er. ist er. Und da 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 ist er. auch. Und da ist er. Und da ist er. Und da ist er. Jetzt. Und da ist er. Prozent da breit der Fuß ab von 5 schon wieder Orkala Scheiße in Kalakontern fack scheiße nun war noch mal ein signature machen wir schon mal diesmal durchgeht ja diesmal durch gott das machen wir gleich mal finisher wenn das man schon da so ist nicht in den seien 12 nein der kommt raus verdammt so ein bisschen mehr vorliegen zarte bollis nein kommt davon so gesehen ein schub in die rege verdammt jetzt kommt der finisher scheiße Gott sei Dank ist es draußen Boah Ach du Scheiß Oh, jetzt kommen wir da kontern Oh, wieder den Ring Vielleicht kommt er, es kommt jetzt der Flying Elbow Und der kann wieder kontern, es gibt es doch gar nicht So, komm mal raus aus dem Cover Wie ist denn hier das? So, und, oh Scheiße Oh, verdammt Boah Jetzt kommen wir wieder kontern Und zack Scheiße, Alter Hier geht es hin und her bei dem Match Und wieder Cover Raum, stell auf Boah Komm, Signature Jawohl, er geht durch Boom Boah Ich muss mal kurz ein bisschen Ausdauer schnappen Und dann machen wir den geladenen Finisher Komm, stell auf Jawohl, er geht durch Und schön in der Regel Und dann, das kann man lassen, muss es doch jetzt gewesen sein, um den Titel zu verteidigen Na, es gibt es doch gar nicht Alter, wie ziel bist du denn? Oh, das ist mal ein paar Schleere nochmal auf den Kopf Bumm Jetzt wollte ich einen Roller machen Oh, Mann, oh, Mann Ich muss mal aufpassen, ey Oh, er hat wieder ein Snatcher Scheiße Oh, ich glaub das war's Scheiße Wir haben einen neuen Champion Semi-Zane Durch meine Nicht gekonnte Art, so aus dem Cover zu kommen Oh, das gab's doch gar nicht Ja, da kann er sich freuen, der Semi-Zane Aber er wird bestimmt Einen Rückkampf haben Der Finn Balor Semi-Zane hat die NXT Championship gewonnen Und Finn Balor wird den neuen Champion aber sicher schon bald in einem Rückkampf prüfen Neuer und zweifacher Champion Ha Puh, war das eine Show, ey So Gut Dann war's das schon wieder für diese Folge Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge bei SmackDown wieder Also, bleibt dran, bis dann Euer Steffo Servus 2 Untertitelung des ZDF, 2020